Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Wir haben Freitag, wir stehen wieder vor einem verlängerten Wochenende. Das ist eine gute Nachricht für den ein oder anderen, der sich gerne bei hoffentlich gutem Wetter etwas erholen möchte. Wir haben wieder gute Gelegenheit zum Traden und wir haben aktuelle Wirtschaftsnachrichten bekommen, die uns so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen gewähren. Wie geht es denn der größten Volkswirtschaft der Welt, wie geht es denn hier bei uns in Deutschland voran? Was denken die Firmenlenker? Da schauen wir heute im zweiten Teil hier an unserer Freitagsmarktbesprechung einfach mal rein. Zuvor, wie immer, der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das Ganze bitte ich wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Und dann an dieser Stelle natürlich auch wieder ein ganz herzliches Dankeschön an die Guten Morgengröße. Die gebe ich, wie schon gesagt, an alle, die hier live zuschauen, auch direkt zurück. So, jetzt sehe ich gerade, es ist kein Ton zu hören. Das ist ein bisschen seltsam. Wartet mal ganz kurz, weil Ton schlägt bei mir hier aus. Das Mikrofon ist voll raus. Kurze Frage, kann man mich auf Facebook hören? Einfach mal auf Facebook, Thumb up hier, ob das Ganze funktioniert. Wir müssen mal kurz schauen, was hier los ist. Warum man mich nicht hören kann. Kurzen Augenblick. So, das ist halt technisch, das passiert manchmal. So, ich bekomme die Information, dass das Mikrofon teilweise weg ist, dass es schwankt. Wartet mal kurz. Ich check mal kurz die Anschlüsse hier. Nö, das Mikrofon ist auch an. Ah, ja, dann hoffe ich mal. Wartet mal kurz. Ich mache meinen Ton mal kurz aus. So, ich habe jetzt mal auf ein anderes Mikrofon umgeschalten. Das ist jetzt ein Mikrofon von der Kamera. Da ist der Ton zwar nicht so gut. Das schlägt bei mir hier auch voll aus. Klingt nach Wackelkontakt. Na gut, dann müssten alle Mikrofone bei mir plötzlich einen Wackelkontakt haben. Wartet mal kurz. Ich probiere es mal noch mit meinem USB-Mikrofon, wo ich auch den Facebook-Übertrag mache. Das schlägt bei mir auch durch. Hoffentlich geht es jetzt. So. Ich vermute fast, da hängt irgendwas mit der GoToWebinar-Verbindung. Kurz einen Augenblick. Ich gehe mal eben, bitte kurz alle dranbleiben. Ich gehe mal kurz eben raus aus der GoToWebinar-Übertragung und schaue mal, dass wir das hinbekommen. So. 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 Geht sofort los. Liebe Facebook-Zuschauer, sorry dafür. Ich muss jetzt kurz nochmal den GoToWebinar-Stream starten und dann geht das gleiche in die nächste Runde, weil ich will ja auch, dass meine Zuschauer über GoToWebinar den Ton hören. Sonst wäre das ja ziemlich, ja, wenig zweckführend sozusagen. So. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt soweit passt. Audio-Verbindung ist aktiv. Bildschirm 2 ist raus. So. Dann schaue ich mal, dass der Ton hier passt. So. Mikrofon. Nee, GoTo hat heute Probleme. Meine Mikrofone schlagen voll aus, aber ich bekomme kein Tonsignal rein. Ich schreibe mal kurz noch eine Information für den GoToWebinar-Stream und dann legen wir direkt los. Danke für die Geduld. Genau. so mikrofon also ich mein mikrofon schlägt voll aus hier keine ahnung warum go to webinar nichts durchgibt so dann hoffe ich mal dass ich go to webinar wieder fängt und würde sagen wir machen jetzt hier einfach weiter so also wir sind stehen geblieben beim risiko hinweis das heißt wir gehen jetzt direkt auch weiter im nächsten punkt an dieser stelle das heißt wir schauen hier auf die tagesnachrichten heute nacht haben wir nachrichten bekommen von der industrieproduktion aus japan hier an dieser stelle wir sehen es deutlich rückläufig die einzelhandelsumsätze logischerweise auch deutlich rückgängig und auch alles sozusagen unter den erwartungen also alles eine ungünstige situation die einzelhandelsumsätze in deutschland haben auch schon bekommen hier allerdings deutlich besser ausgefallen als erwartet es ist zwar auch ein starker rückgang auch verglichen zum vormonat aber die prognose war hier minus 12 prozent es war bei minus 5,3 prozent ja es sind schleifspuren da kann man dazu sagen was bekommen wir noch wir bekommen heute um 11 uhr den verbraucherpreisindex aus der eu und um 14 uhr aus den usa 9 14 30 dann die einzelhandelsbestände aus den usa dann kriegen wir um 15 uhr 45 den chicago einkaufsmanagerindex wichtige daten hier für die einkaufsmanager die uni michigan gibt uns 16 uhr einblick in die konsumentenerwartung und das verbraucherverbrauch und dann gibt es um 17 uhr eine rede von fettvorsitzenden paul an dieser stelle wichtig zu betrachten weil die fett hat natürlich starke lenkungsmöglichkeiten um die wirtschaft zu stützen und da merken wir auch immer wieder dass das vertrauen der börsianer gerade in die fett sehr sehr stark ist das sehen wir auch an den indizes also hier gut lauschen was paul erzählt ich denke das werden sehr sehr wichtige themen wenn wir das hier an dieser stelle auch schon so angekündigt bekommen dann schauen wir noch auf die termine die wir in dieser woche gehabt haben heißt also hier an dieser stelle was ist an daten gekommen wir sehen das bib in deutschland hat die erwartungen getroffen minus 2,2 eine große überraschung war allerdings der ifo geschäftsklimaindex wir sehen es hier der ist gestiegen letzten monat war er bei 74,2 die erwartungen waren bei 78,3 wir haben tatsächlich hier einen wert von 79,5 das ist ein sehr sehr positives zeichen ich gehe nachher im zweiten teil direkt auch noch einmal darauf ein was hier passiert wir hatten dann am dienstag aus den usa das verbrauchervertrauen bekommen hier an dieser stelle unter nein also ich sage mal die erwartung die prognose hat man hier einen wert von 88 letzter monat war 85,7 jetzt sind 86,6 also es ist ein bisschen sag ich mal geklettert im vergleich zum vormonat aber leicht unter den erwartungen gewesen ein großer großer überraschungspunkt war das thema verkäufe neuer häuser hier wurden 490.000 stück erwartet 623.000 sind es aber gewesen hier scheint der billige zins zu helfen dass die finanzierung besser über den tisch gehen dass ein sehr sehr positives zeichen für den immobilienmarkt in den usa donnerstag hat frau lagart gesprochen ja gut die hat im endeffekt auch das gesagt was man erwartet hat sozusagen dass hier alles getan wird um sozusagen der krise her zu werden dem euro hilft es nach oben hin der euro ist relativ stark gegenüber dem us dollar das schauen wir uns nachher auch gleich in den handelsideen ein gestern haben wir dann bekommen aus den usa den auftragseingang für langlebige güter auch hier eine grüne zahl aber das ganze natürlich weiter auch rückläufig aber nicht so schlimm wie es von den analysten erwartet wurden wir sehen hier die analysten hat mit einem wert von minus 14 gerechnet tatsächlich waren es minus 7,4 erstanträge auf arbeitslosen hilfe haben wir auch bekommen ja die lagen etwas über dem was erwartet worden ist aber jetzt nicht dramatisch aber das ist trotzdem ein sehr 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 hohes ergebnis proteinlandsprodukt in den usa ebenfalls zurückgegangen minus 5 prozent hier der aktuelle wert schwebende hausverkäufe ja die waren unter den erwartungen minus 15 wurden erwartet minus 21,8 waren es das sind die schwebenden hausverkäufe die noch nicht abgeschlossen sind die rohöl lager bestände indes wieder eine gute zunahme hier an dieser stelle das ist schon ordentlich was hier oben drauf gekommen ist nach dem rückgang den man in der vorwoche hatte und auch wenn man sieht dass die erwartungen deutlich drunter gelegen haben das zeigt also dass der ölmarkt hier weiterhin ein relativ angespanntes verhältnis hat die wirtschaft brummt halt noch nicht aber es könnte hier durchaus besserung geben wenn die lock down maßnahmen so stück für stück auslaufen und die wirtschaft wieder an fahrt aufnehmen dann wird auch die nachfrage nach dem schwarzen gold wieder steigen und das sollte dann stück für stück auch helfen diese phase zu überwinden das wird aber alles noch in der zukunft kommen und dann schauen wir noch fix auf die termine der kommenden woche hier an dieser stelle sehen wir am sonntag kriegen wir aus china den einkaufsmanager index die daten nehmen wir einfach mal hin wie sie sind da diskutieren wir jetzt nicht ob die jetzt tragbar sind oder nicht montag haben wir feiertag in deutschland da haben wir den pfingstmontag wir kriegen auch noch den hsbc einkaufsmanager index aus china am montag dann gibt es den einkaufsmanager index für das verarbeitende gewerbe in deutschland das ganze auch aus großbritannien und den usa da kriegen wir überall einkaufsmanager in die cst dienstag geht es weiter hier für deutschland den einkaufsmanager index für das verarbeitende gewerbe dann gibt es am mittwoch das thema arbeitslosigkeit in deutschland den einkaufsmanager index für das für die dienstleistung den gesamtindex für großbritannien also eine latte von einkaufsmanager indizes und dann kommt zu den arbeitsmarkt berichten hier am mittwoch kriegen wir den adp beschäftigungsänderungen angezeigt wir kriegen den ism einkaufsmanager index donnerstag geht es weiter mit einkaufsindizes und zwar hier für das baugewerbe in großbritannien und dann haben wir die zinssitzung der fed halt hier die zinsentscheidung ja da wird nicht groß dran rumgerüttelt denke ich mal aber das alles was drum rum kommt das wird ein sehr sehr wichtiges im ergebnis wieder für die märkte sein und freitag dann immer in der woche wo wir die atp zahlen bekommen gibt es logischerweise auch die ja beschäftigung außerhalb der landwirtschaft also die sogenannten non farm payrolls da hatten wir ja einen dramatischen einbruch erlebt mal schauen wie es dieses jahr wird oder diesen monat dann sozusagen wird das ganze wie schon gesagt am freitag zusammen mit der arbeitslosenquote wenn wir mal schauen wie da die prognose ist fast 20 prozent arbeitslose in den usa das ist schon heftig das muss man sich einfach mal auf der zunge zergehen lassen damit haben wir die nachrichtenseite durch und damit können wir uns jetzt auch durchweg darum kümmern was interessant ist und zwar das was wir in den charts entsprechend sehen und da sehen wir hier an dieser stelle zuerst einmal den blick in das währungspaar euro us dollar und wir sehen wie hier der markt gestern mit ordentlich bumms über dieses widerstandslevel knapp unter 1 10 drüber geschoben ist hat auch diesen drehbereich herausgenommen als wir hier an dieser stelle nach unten gelaufen sind das heißt wenn wir uns mal diesen chart näher anschauen dann sehen wir halt hier um die marke von 1 10 55 das war hier der bereich als wir von oben stark nach unten runter sind und die trends nach unten gebildet wurden das teil ist jetzt rausgenommen nächster anlaufpunkt zur oberseite wenn wir weiter stärke bekommen ist hier das zwischenhoch das haben wir gehabt am wann war es gewesen ende märz bei der marke von knapp 1 11 5 also um das genau zu sagen 1 11 4 7 5 war hier das hoch in diesem bereich das ist mal der nächste anlaufpunkt der wichtige marke das heißt auch hier im euro us dollar sehen wir mittlerweile wieder einen seitwärts lauf mit einer kleineren range und einer größeren range wenn man es mal so haben will die kleinere range ist jetzt nach mehrfachen bodenbildungsmaßnahmen nach oben ausgebrochen und stößt jetzt sozusagen in richtung der 1 11 knapp 5 vor und das ist das was wir nach oben hin sehen wenn wir die trendfortsetzung bekommen und das sehen wir auch sehr sehr schön in den kleineren zeiteinheiten wie der markt nach oben strebt schaut das war die range das ist ein typisches range verhalten und hier haben wir es dann gesehen wenn wir uns das mal einblenden lassen hier hat der markt angefangen nach oben zu trenden und dieser trend hat sich jetzt entsprechend fortgesetzt und damit an dieser stelle den markt nach oben freigegeben und wie schon gesagt jetzt wird es sehr sehr spannend wie sich der markt hier oben bei 1 11 5 verhält prallen wir ab dann ist es natürlich interessant wo läuft er hin für das kurzfristige wenn wir uns den vier stunden chart mal anschauen hier an dieser stelle natürlich dieser alte widerstandsbereich knapp um 1 10 ist ein sehr sehr wichtiges support level aber gerade für das kurzfristige trading müssen wir doch schon deutlich näher reinschauen in den markt und das hier zu sehen wo wir anlaufmarke haben und da sehen wir jetzt momentan halt die situation wie es weitergehen kann wie schon gesagt was ich sehe ist hier oben der widerstand bei 1 11 5 in etwa oder 1 11 4 75 da wird sehr sehr interessant und da kommt wenn stärke reinkommt natürlich deutliches weiteres aufwärtspotenzial rein fürs kurzfristige trading allerdings ist auch interessant was macht der markt denn hier unten drunter schaut mal hier haben wir mit blick auf die letzten trendigen bewegungen um die marke von knapp 1 10 6 75 haben wir hier das tief und wenn wir da drunter laufen sollten ist erstmal hier ende alliende das heißt dann sollten wir tiefere notierungen mit auf der uhr haben und wenn wir das dann sehen dann wäre mal der nächste anlaufpunkt hier dieser kaufbereich knapp um die marke von 1 10 3 und wenn das nicht hält wie schon gesagt dann sind wir schon in diesem alten ausbruchsbereich knapp um die marke von 1 10 also diese marke sollte man durchaus auf der uhr haben auch kurzfristig wenn es nach unten geht und bei der hohen volatilität die wir jetzt an dieser stelle haben könnte das auch relativ flott gehen hält der widerstand beziehungsweise die unterstützung hier am ehemaligen widerstand nicht stand dann können wir uns auch weiter nach unten orientieren und da haben wir hier ich habe es schon mal eingezeichnet auf der unterseite hier den peaks nach unten um die 1 0 3 90 beziehungsweise hier das zwischentief was wir hier ganz klar auch sehen im markt bei 1 0 8 7 als zwischen anlaufpunkt hier auf der unterseite wäre dann auch noch hier dieses level gegeben das ist ja auch mehrfach geprüft worden bei 1 0 9 50 3 hier in diesen bereichen das ist das was wir auf der unterseite sehen jetzt müssen wir aber noch mal in den tagesschart reingehen um zu sagen was passiert denn wenn wir tatsächlich hier auf die 1 11 4 75 drauflaufen und drüber gehen wo wären denn da die nächsten anlaufpunkte und wenn wir das dann mal schauen wollen dann haben wir hier oben schaut mal in diesem bereich hier drüben das skiziere ich mal kurz mit einer linie hier oben dran also hier das wäre mal das level als nächstes als nächster anlaufpunkt sozusagen auf der oberseite den wir im blick haben müssen ich mache das mal kurz rot und dick dass wir sehen also hier oben diese marke um die 1 12 3 65 da oben ist das nächste hoch gewesen aus diesem trend nach unten und das wäre mal dann der nächste anlaufpunkt wenn wir tatsächlich es schaffen hier über die 11 75 nein die 11 5 drüber zu laufen also 1 11 5 das wäre hier der knaller und damit wäre der weg nach oben hin da das muss man aber sehen ob es so weit kommt und die kleineren zeiteinheiten wie schon sagt die verraten uns doch relativ gut wo es hingehen kann wer von den zuschauerinnen und zuschauern an dieser seite jetzt sagt mensch aber man kann ja auch diesen stundentrend zum traden benutzen und vielleicht diese korrektur hier traden weil wir haben ja hier oben jetzt schon eine umkehrsituation absolut korrekt das heißt an dieser stelle muss man sagen hier haben wir einen stundentrend und dieser stundentrend die letzte bewegung von hier unten bis da oben die gucken wir uns jetzt mal kurz im 5 minuten chart an das ist nämlich dann interessant wo ich gesagt habe wir haben in der stunde diese umkehrformation gesehen hier oben da schaut mal das ist die erste schwäche kerze und die wurde bestätigt unten drunter und das ist das was wir jetzt auch im 5 minuten chart sehen hier der aufwärtstrend im 5 minuten chart der ist nämlich beendet hier haben wir schon einen kleinen gegentrend am laufen und das ist das was nach unten läuft und wenn wir jetzt hier uns das ganze mal anschauen im raffer zusammen dann sehen wir einfach das ist die letzte bewegung der stunde hier nach oben und wenn wir da anlaufpunkte suchen dann haben wir sie schon da schaut mal das hier in diesem bereich das war der letzte kaufbereich das hier auch das support level da sind wir jetzt drunter gegangen und wenn wir das jetzt rausnehmen und weiter runter laufen was haben wir dann an anlaufpunkten noch da schaut mal hier da haben wir einen kaufbereich ganz grob um die 1 10 8 4 und was ist als nächster kaufbereich dann da im kleinsten wäre dann mal diese marke hier um die 1 10 74 beziehungsweise dann hier unten dieser kaufbereich um die 1 10 7 da haben wir die marke auf der unterseite und das ist für die die den markt sehr eng sehr schön nach unten traden wollen was wir natürlich jetzt als zeichen bräuchten wäre natürlich hier dass der markt weiter nach unten trendet das heißt dass wir das was wir hier im mt on live signal schon als blaue linie angezeichnet bekommen dass wir das jetzt hier aus der korrektur nach unten laufen sehen und wenn wir dann den trend nach unten in fortführung haben dann haben wir chancen wirklich die unteren bereiche anzulaufen hier das ist jetzt die handelsidee sozusagen für die die das ganze im kleinen sehen möchten mit blick auf den euro us dollar so dann bleiben wir jetzt mal noch bei den währungen und schauen mal in die weiteren reihen rein und zwar wollen wir jetzt mal wieder auf den türkischen lira gucken wir hatten ja vor kurzem das währungspaar euro türkische lira sehr sehr erfolgreich auf der unteren seite besprochen ich zeige euch das mal ganz kurz nochmal für diejenigen die das nicht mitbekommen haben und sich sagen so was ist doch käse so eine währung brauchen wir doch nicht zu traden es macht doch durchaus sinn dass man sich sowas immer mal anschaut und für den ein oder anderen mag das auch interessant sein nicht im kleinsten trading bereich dazu sind einfach die spreads zu groß also im 5 minuten chart muss man hier an dieser stelle sagen gut da ist das einfach nicht dafür geeignet aber als swing warum nicht ich zeige es nochmal kurz was wir hier gehabt haben im euro türkische lira und zwar haben wir es gehabt mit blick auf die woche hier nach dieser großen umkehr kerze das war die handelsidee unten rein zu laufen und den weg nach unten ein stückchen mitzunehmen bis in die kaufbereiche hier unten rein und das ist in der woche gut gelungen beziehungsweise im tag hier kam der ausbruch nach unten und da konnte man schön den weg nach unten mit traden und hier in die zielbereiche entsprechend auch mit reinlaufen also das war hier dieses level in etwa was wir da auch hier dieser kaufbereich der auch da gewesen ist und da sehen wir wo die währung auch umgetreten hat also das war interessant für den ein oder anderen swing trader deswegen das ganze hier jetzt mal mit blick auf us dollar türkische lira da ist jetzt aktuell nämlich die situation schaut mal hier ist der laufende abwärtstrand der ist da das umkehrsignal auf woche haben wir hier genauso bekommen hier das war das umkehrsignal auf woche dann gab es die korrektur und dann der rutsch nach unten und hier schaut mal das war der kaufbereich den wir hier entsprechend auch im chart sehen konnten und das ist das was wir hier sehen wenn wir auf tagesbasis schauen hier kommt jetzt plötzlich stärke rein und jetzt heißt es halt hier um die marke hier an dieser stelle bei 8 nein 6 82 4 haben wir das zwischenhoch wenn wir da drüber laufen ist der weg nach oben erstmal wieder frei in richtung 6 93 das ganze mal mit blick in den vier stunden chart hinein da sieht man es ein bisschen besser hier die letzte bewegung schön nach unten hin gelaufen hier sieht man den abwärtstrand das ist das was auf tagesbasis sozusagen ist und wenn wir hier oben drüber schieben das wäre sehr sehr interessant und das was ich hier momentan in der währung sehe ja das ist sehr sehr interessant war schaut euch mal an wie sich dieser trend hier nach oben entwickelt hat ich mache euch mal kurz den kleinen an schaut mal das kleine hier ich hoffe man kann das sehen entschuldigung das ist der aufwärtstrand und der hat jetzt so ein verhalten schaut mal erst nach oben gelaufen hat seitwärts konsolidiert ist nach oben gelaufen konsolidiert jetzt wieder seitwärts hier haben wir eine schöne range das ist eine schöne übernacht range hier in dieser stelle beziehungsweise läuft natürlich deutlich länger als über nacht sind ja vier stunden kerzen hier 1 2 3 4 5 also wir sind jetzt hier wenn diese kerze voll ist bei 20 stunden hier wenn das oben drüber ausbrecht das ist so ein verharren unter diesem widerstands level und wenn das sich nach oben entlädt dann haben wir durchaus das potenzial den abwärtstrand rauszunehmen und uns dann deutlich weiter nach oben zu schieben und da wäre dann der nächste bereich wie ich das gesagt habe hier wenn wir uns das ganze mal anschauen natürlich das bruchlevel hier oben wenn ich es kleiner mache sieht man es besser schaut mal hier das war das bruchlevel das war die bestätigung der wochenumkehr sozusagen und wenn das rausgenommen wird dann haben wir natürlich hier oben den anlaufbereich 6,93 wäre meine marke durchaus für den ein oder anderen swing trade auf der long seite interessant in der währung us dollar türkische lira und damit schauen wir auf gold und wie schon gesagt die die hier zuschauen gerne auch den ein oder anderen wunschmarkt heute gibt es tonprobleme auf go to webinar das heißt der ton dort ist immer mal weg immer mal da also es ist schwierig aber facebook läuft und die aufzeichnung natürlich auch und all diejenigen die sich das ganze im nachgang auch anschauen wir besprechen hier immer mal wieder wunschmärkte das heißt wer mal was wissen möchte entweder morgens reinschauen oder aber gerne auch auf der internetseite von ticmel den blogbeitrag lesen beziehungsweise die experten anfragen beziehungsweise wer hier auf facebook zuschaut kann ja immer wieder live mit reingehen also das zum us dollar türkische lira und damit schauen wir in den goldpreis rein weil im goldpreis stehen die bullen wieder spalier bei stange wir sehen es hier verortet im tageschart innerhalb eines aufwärtstrends die ganzen bärischen szenarien die wir hier in den letzten ja wochen auch immer mal wieder besprochen hatten scheinen momentan nicht so richtig zum tragen zu kommen wir haben wieder die situation dass der goldpreis mit den aktienmärkten steigt langfristig ist das ganze auch nur logisch das gold mit den aktienmärkten steigt weil wenn die preise steigen steigt in der regel auch der goldpreis wir wissen ja alle gold wird ja nachgesagt dass es die preissteigerungen ausgleicht und wer da einfach mal den langfristvergleich macht das haben wir ja auf auf unseren sag ich mal spezial ist die ich freitags immer mal wieder mache schon das ein oder andere mal gemacht wo wir beispielsweise auch geschaut haben was hat denn ein golf vor 30 jahren gekostet das ganze in gold aufgewogen und mit diesem gewicht an gold kann man sich heute das aktuelle modell vom golf auch wieder kaufen heißt also an dieser stelle da ist schon eine wertheitigkeit dabei und deswegen ist es auch nur logisch dass wir mit steigenden kursen an den aktienmärkten irgendwo auch steigende kurse an den goldpreis haben sollten das ist das was wir hier in der historie auch immer wieder gesehen haben und somit verwundert es nicht dass wir bei steigenden aktienmärkten auch steigende goldpreise sehen und die situation wie wir sie jetzt hier im goldchart haben ist gegeben schaut mal wir sind hier verortet momentan innerhalb eines aufwärtstrends und wir haben hier ich habe es mit pfeil mal sozusagen markiert ein umkehrsignal gesehen ein umkehrsignal bekommen das ist jetzt gestern schon bestätigt worden wir sind drüber gelaufen und jetzt natürlich wenn wir weiter nach oben laufen also wenn wir über das tageshoch von gestern drüber steigen dann haben wir gute chancen hier nach oben auch zu laufen noch ist der abwärtstrend hier auf auf der basis der korrektur nach unten laufen da also er ist sozusagen ersichtlich ich nehme es mal ganz kurz raus hier also wenn wir uns das mal anschauen hier wir haben ja weiterhin fallende tiefs hier unten und fallende hoch aber wir sind auf dem weg nach oben und das ist das interessante schaut man wenn wir jetzt hier tatsächlich den aufwärtstrend machen dann haben wir wieder einen aufwärtstrend auf der vier stunden basis und das ist das interessante wenn sich das dann nach oben fortsetzt und wir es schaffen über diesen schwung bereich hier bei 1736 us dollar zu laufen dann ist die umkehr definitiv nicht nur bestätigt sondern im vollen gang und das zeigt uns dann der weg nach oben ist geebnet hier in richtung 1800 us dollar das ist dann ohne weiteres drinnen auf dem weg nach oben wie schon gesagt die 1736 und die 1753 us dollar märkte an den swing highs hier die sind natürlich mit da und dann haben wir schon das jahreshoch im blick bei 1765 wer sich das ganze noch etwas näher anschauen möchte hier in der stunde da sehen wir natürlich sehr sehr schön wie das ganze hier nach oben läuft das heißt hier trendet der markt schon schön nach oben und wie schon gesagt das ist das was wir hier im vier stunden chat auch sehen wir müssen quasi hier oben drüber über diesen bereich und das wäre auch sehr sehr interessant weil wir da natürlich die bullen weiter mit an bord ziehen und was wir hier gemacht haben in der vergangenheit ist wir haben ja auch schon einige level rausgenommen wenn wir mal schauen was wir hier gesehen haben hier an dieser stelle schaut mal hier war das trend fortsetzungs level da sind wir drüber gelaufen wir haben korrektur gehabt wir laufen jetzt schon wieder nach oben in einem untergeordneten aufwärtstrend also es mehren sich die zeichen für kurszuwächse die wahrscheinlichkeit dafür ist gegeben und wenn sich hier der stunden trend nach oben fortsetzt dann kann man das gut und gerne für die long trades entsprechend auch mit reinnehmen mit blick in den goldmarkt so das wäre es zu den drei handelsideen für den heutigen tag dann haben wir noch eine handelsfrage und zwar austral dollar schweizer franken gucken wir uns natürlich auch an und danach schauen wir uns mal die großen indizes an natürlich hier die rundum analyse dax und die us indizes den s&p 500 werden wir uns heute mal anschauen und es wurde auch gefragt an der technologielastige us index den gucken wir uns jetzt natürlich heute auch noch mal etwas näher an zuvor allerdings das währungspaar austral dollar schweizer franken hier mit blick ins große bild wir starten wie immer mal im großen bild wir sehen es wo die verordnung momentan ist wir hatten es ja glaube ich auch schon mal besprochen hier an diesem punkt wir sind hier innerhalb des aktuellen aufwärtstrends nach diesem massiven kursschub nach unten weit nach oben gelaufen und verharren momentan etwas unter dem ausbruchsbereich hier oben also dieses level hier um die um die null 64 knapp 4 ist ein level das markt beachtung hat hier war es ein support hier sind wir unten drunter durchgelaufen da hat sich das größere bild wenn ich das mal reinschiebe schaut mal hier an dieser seite hat sich die bewegung des abwärtstrends massiv fortgesetzt hier gab es das kauf beziehungsweise verkaufssignal für diesen starken schub nach unten und das ist jetzt eine marke die hat natürlich relevanz und sehr sehr schön zu sehen ist was der markt hier oben macht dass er sozusagen jetzt nicht heftigst abverkauft sondern hier oben in diesem bereich verharrt und das ist eher ein zeichen von stärke und wenn wir uns das bild mal im untergeordneten anschauen dann sehen wir hier ich mache jetzt mal kurz die trend erkennung raus dann sehen wir hier ein sehr sehr schönes verhalten nämlich wir sehen wie der markt nach oben trendet und oben unter dem hoch entsprechend etwas verharrt schaut mal ich zeichne euch den rest mal ein das ist jetzt mal so die stift funktion aus go to webinar die ich hier benutze ich hoffe man kann das sehen wartet mal ich gebe dem ganzen mal noch eine andere farbe damit man hier das besser sehen kann so das raus stift farbe nehmen wir mal grün so passt auf schaut mal hier das war ja die letzte korrektur hier dann hatten wir hier die seitwärts sage ich mal phase zwischen 63 9 und hier unten 63 2 und wenn wir dann drüber laufen sehen wir wir haben jetzt hier entsprechend den aufwärtstrend weiter im gange also das ist mal hier das stück vom aufwärtstrend und das was wir jetzt hier an dieser stelle sehen ist einfach nur die korrektur und die korrektur hält auch in einem sehr sehr interessanten bereich an wenn wir mal schauen dieses level hattische markt beachtung hier kriegen wir immer wieder käufe rein und wenn sich das jetzt nach oben fortsetzt dann haben wir hier unten so eine art doppelboden und dieses hat dann durchaus die chance hier nach oben rein zu laufen und die trendfortsetzung in gang zu bringen und das ist das stärke zeichen dass der markt jetzt hier nicht einfach nach unten abhaut und hier die alten tiefs anläuft und alles wieder raus nimmt und in die short richtung abdreht sondern dass wir hier durchaus die chance haben alles nach oben hin abzuarbeiten das heißt wenn wir tatsächlich über diese marke hier von 0 64 39 drüber laufen dann haben wir die chance weiter hoch zu laufen und dann sogar die chance den trend rauszunehmen das heißt hier an dieser stelle wenn wir tatsächlich hier drüber laufen und dieses trend hoch rausnehmen bei 0 66 13 dann haben wir die chance eine komplett umkehr zu machen und das ist hochinteressant wie schon sagt hier aktuell wirklich wenn die stärke sich fortsetzt das bleibt spannend wenn wir hier über das kleine zwischen hoch drüber laufen hier also das tages hoch was wir hier gehabt haben hier diese ecke wenn wir da drüber laufen das wäre dann das initial das wäre schön die fortsetzung von dem was wir gerade in der stunde beziehungsweise in den vier stunden gesehen haben und da haben wir die trendfortsetzung da und das wäre schon sehr sehr spannend wer hier übrigens den stunden oder vier stunden schadet das ist egal das bild ist absolut das gleiche wer sich das ganze hier zur sag ich mal zur brust nimmt und sagt wir wollen schon aus der korrektur raus traden der hat halt jetzt auch gute karten weil wenn wir mal schauen wir sind hier schon aufwärts gerichtet leicht gewesen jetzt gab es hier den spike nach unten aber was wir hier sehen wir haben den ausbruch aus diesem scharfen abverkauf schon gesehen der markt trendet jetzt wieder leicht nach oben das ist für die kleinsten zeiteinheiten das handelssignal schaut wir sind drüber gelaufen wir haben hier diesen abwärtstrend rausgenommen hier an dieser stelle hier das war das verkaufslevel da sind wir drüber gelaufen das hält momentan und wenn sich das ganze im kleinen jetzt nach oben hin schon fortsetzt das wäre dann natürlich interessant für die man die kurzfristig traden wollen und dann hätten wir den nächsten anlaufpunkt auf der oberseite hier in diesem verkaufsbereich bei 0,64 knapp 2 und wenn auch das rausgenommen wird dann ist der weg nach oben hin schon wieder deutlich freier und das wäre mal das aus der kleinen zeiteinheit sozusagen die fünf minuten in die größeren reingegangen alles schon schön in die long richtung also alles auch schön auf das ausgerichtet was wir hier sehen dass wir den trend nach oben treiben wollen und mit blick auf das was wir hier rausnehmen können hat das ganze doch das potenzial zur oberseite mit blick in das währungspaar austral dollar schweizer franken gut das an dieser stelle möchte ich sagen das war der blick in die schweizer franken australer schweizer franken wir haben die handelsideen durch und das wird jetzt zeit mal auf die großen indizes zu schauen wir starten im dax der dax ein bisschen im korrektur modus wenn wir sehen trump hat ja gestern auch mal ziemlich dolle wieder gewettert ja zuerst hat ein bisschen über twitter gemeckert und dann hat er sich ja wieder china zur brust genommen da wird es heute auch eine nachricht beziehungsweise eine pressekonferenz von trump geben über das weitere vorgehen mit thema china mit thema hongkong also da ist wieder einiges was ja bewegung in die märkte mitbringen kann und wir sind hier im dax natürlich auch sehr sehr schön nach oben gelaufen wir stehen vor einem verlängerten wochenende das heißt es könnte durchaus sein dass wir hier mit blick in die in den dax etwas korrektur modus sehen wenn wir uns das ganze in der stunde mal auch anschauen dann sehen wir schon dass der markt hier ja leicht nach unten läuft ein wichtiges level haben wir allerdings auch da also das heißt wenn wir das mal oben sehen oben der deckel am hoch hier oben bei knapp 11.830 punkten seitdem geht es hier so stück für stück nach unten wir schleichen uns so runter aber wenn wir uns das ganze mal anschauen schaut mal der bereich hier unten das hier dieses level diese marke hier ganz knapp um die marke von 11.600 punkten da haben wir ein schönes support level in diesem bereich und dieses support level in diesem bereich hat jetzt schon einmal gehalten prallen wir davon ab haben wir durchaus chancen wieder hier von der knapp 11.600 punkte marke richtung dem hoch hier oben rein zu laufen das heißt gerade mit blick auf die kleineren einheiten wäre es halt wichtig jetzt wirklich hier drüber weg zu laufen das heißt an dieser stelle hier oben den markt rauszunehmen und dann haben wir schon die chance weiter hier richtung hier wartet mal moment das ist das falsche hier wollte ich hin also hier an diese oberseite ranzulaufen um die 11.715 11.717 marke das wäre schon interessant fällt der markt allerdings unten drunter das heißt wir sind jetzt schon in der markteröffnung drinnen fallen wir tatsächlich hier deutlich unter die 11.600 beziehungsweise 11.580 punkte marke dann müssen wir uns auf der unterseite orientieren das heißt mit blick ins kleine raus haben wir die alten level auch noch da das heißt hier oben dieses ausbruchs level um die 11.550 11.530 punkte marke der schwung bereich wäre dann mal ein anlaufpunkt wenn es da im kleinen auch weg fliegt dann hier an den korrektur level bitte orientieren 11.429 11.430 sind dann durchaus drinnen das große bild allerdings weiterhin schön bullisch nach oben gerichtet wie schon gesagt wir haben das ja in der marktbesprechung auch gehabt ich nehme jetzt mal ganz kurz die ganzen marker hier wieder raus das ist nach oben hin zu unsicher das heißt wenn es dann nach einer korrektur wie auch immer die ausartet die kann ohne weiteres unter die 11.400 punkte marke gehen je nachdem wie stark die volatilitäten sind je nachdem was heute an tagesnachrichten auch noch mit rüberkommt was der paul sagt was der der donald trump sagt diese nachrichten können hier schon deutlich bewegung in die märkte reinbringen und dann durchaus auch dazu führen dass hier zum wochenabschluss mit blick auf den dax auch der alte ausbruchsbereich hier bei 11.338 punkte wieder mit in den handel einbezogen wird das sind die seiten die fakten die wir auf der unterseite haben aber der aufwärtstrend schwingt weiter hoch der ist da der ist weiter intakt das heißt das bullische bild ist da und wir sehen halt dass die händler auch optimistisch so ein bisschen für die zukunft sind und das heißt wir sehen die nächste marke dann nach oben hier das gap ist ja jetzt geschlossen der ausbruchsbereich hier oben ist angelaufen worden der nächste anlaufpunkt wäre dann mal hier die 12.280 punkte marke das zwischenhoch hier aus dem ersten kleinen rücksetzer nach dem schub nach unten im februar ende februar anfang märz das ist das was wir längerfristig oder mittelfristig dann nach oben hin auf der uhr mit haben und damit blicken wir jetzt mal noch in die us-märkte s&p 500 auf der uhr der konnte sich gestern relativ gut halten wenn wir uns das ganze mal anschauen der dow jones der sieht da ein bisschen anders aus da gab es eine kleine abverkaufskerze der ist ins minus gelaufen der index ist da ein bisschen anfälliger gegen so kurzfristige schwankungen deswegen gucken wir uns den s&p 500 mal an hier sehen wir aber so knapp von der richtung logischerweise ein ähnliches bild das heißt hier der s&p 500 natürlich auch aufwärts gerichtet hier die wichtige marke von 2972 punkten ist natürlich rausgenommen das war hier dieser verkaufsbereich das ganze gap closing ist passiert also diese marke ist rausgenommen worden das ist jetzt zur unterstützung sozusagen geworden das heißt das mache ich gleich mal zumindest die rückfarbe hier als grün damit wir das sehen das ist der ehemalige verkaufsbereich der ist jetzt zur unterstützung geworden und damit sind wir nach oben hin weiter offen fortsetzung über das tages hoch von gestern bringt uns dann wirklich auch hier in den bereich ähnlich wie es gerade im dax besprochen habe hier das zwischenhoch vom ende februar das sehen wir da liegen bei 3137 der weg nach oben ist geebnet wie schon gesagt der aktuelle trend ist weiter aufwärts gerichtet hier im größeren bild wie auch im kleineren bild schaut es euch an hier laufen wir schön nach oben das ganze der bewegungstrend ist auch intakt und wenn wir uns das ganze jetzt mal noch auf stundenbasis anschauen wollen da sehen wir hier dass wir momentan etwas druck reinbekommen haben das ist das was wir jetzt hier sehen das heißt an dieser stelle sehen wir es hier die gegenbewegung ja es ist etwas da es könnte auch noch weiter nach unten gehen hier müssen wir einfach schauen was passiert jetzt hier um die marke von dem ausbruchslevel bei 2900 ein paar 70 punkten da können wir abprallen dann kommt relativ schnell wieder das zwischenhoch bei etwas über 3000 über 3060 punkten rein wenn wir darunter durchlaufen dann sollten wir hier mit im blickpunkt haben hier unten dieses level wo das trendtief gewesen ist hier was wir auf stundenbasis sehen also hier an dieser stelle ganz knapp die marke von 2900 und 12 zählern dass das zwischentief das wäre der anlaufpunkt zur unterseite mal aus kurzfristiger sicht mittelfristig wie schon gesagt das bild weiter sehr sehr schön bullisch und wir haben natürlich auch noch einiges an potenzial aus dem letzten rücklauf wenn wir den letzten rücklauf hier an dieser stelle einfach mal spiegeln wie tief er gelaufen ist mir das potenzial nach oben sehen das heißt wenn wir das laufpotenzial nach unten einfach mal oben drüber laufen dann können wir hier schon locker mal über dieses hoch drüber gehen über dieses zwischen hoch hier bei 3137 so 3170 80 sind da schon drin wenn man allein das potenzial aus dieser korrekturbewegung herausnehmen das denke ich mal sollten die bullen auch angehen zumal wir wirklich sage ich mal die märkte momentan sehen dass die die ganzen stützungsmaßnahmen die ganzen wirtschaftsmaßnahmen seitens der us-politik beziehungsweise auch der fett als positiv sehen und der markt nach oben das ganze sehr sehr schön mitspielt wie schon gesagt wichtig wäre es halt wirklich was hier oben dann passiert also proof of the pudding wird jetzt hier bald kommen bei 3130 punkten wissen wir ob wir diesen abwärtstrend hier den großen rausnehmen oder aber nicht das heißt da ist das wirklich das thema wird es eine v korrektur das heißt runter und pam nach oben oder kriegen wir hier wirklich etwas noch mal als weh das wird die zukunft bringen aktuell ist davon nichts zu sehen zumindest nicht in den charts gut damit wäre das thema durch große indizes besprochen euro besprochen das ganze ist jetzt sozusagen fertig und wir blicken jetzt in das nächste thema rein das heißt wir sprechen jetzt noch mal ein bisschen was über die entsprechende wirtschaft und hier sehen wir es an dieser stelle auch